Der Oktober wird in Sachen Grafikkarten wohl verdammt spannend. Hallo und willkommen zu einem weiteren News-Video. Also aktuell kommt man mit den Meldungen zur neuen Grafikkarten von AMD und Nvidia ja überhaupt nicht hinterher. Jeden Tag und zwar wirklich jeden einzelnen verdammten Tag gibt es ein neues Schnipselchen zu den neuen Grafikkarten. Ja, für den eher kleinen Geldbeutel. Und das wird mittlerweile so viel, dass nun wirklich niemand mehr daran zweifeln sollte, dass diese in Kürze auch erscheinen werden. Ja und das Interessanteste an der ganzen Sache ist, dass AMD und Nvidia hier wohl ziemlich zeitnah planen und ja es einen wirklich handfesten Kampf AMD gegen Nvidia geben könnte. Denn wir wissen es doch alle, Zufall ist es sicherlich nicht, dass nun ausgerechnet der Oktober für den Fight des Jahrhunderts auserkoren wurde. Okay, das ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, da die meisten von uns immer nur auf die High-End-Klassen gucken. Aber diese ist für den Hersteller eigentlich nur Prestige. Auch wenn die Gewinnspanne hier natürlich besonders für Nvidia sicherlich verdammt hoch ist, ist der Verdienst aufgrund der geringen Stückzahlen, ja dann hat man dabei ja unbedeutend. Das richtige Geld wird ja im Bereich von 150 bis 300 Euro gemacht. Und daher ist die Bezeichnung Fight des Jahrhunderts, zumindest aus Sicht der Hersteller vielleicht, doch nicht ganz falsch. Okay, kleine Korrektur, Fight des Jahres 2019. Denn genau um diesen Preisbereich geht es in der aktuellen Gerüchteküche. Hier muss man mittlerweile sogar die Temperatur drosseln, damit es nicht überkocht. Also, worum geht's denn genau? Regelmäßige Zuschauer wissen es vielleicht schon, wer neu auf meinem Kanal ist, der hört aber womöglich das erste Mal überhaupt von einer GTX 1660 Super oder GTX 1650 Ti. Und die interessanteste Karte dürfte ja wohl die GTX 1660 Super sein, die sich dann wohl mit AMDs neuer Kreation ein Duell liefern dürfte. Und machen wir es ganz kurz, zu 1660 Super gibt es jetzt ja nicht gerade allzu viele Neuigkeiten. Es läuft aber aktuell wohl tatsächlich alles darauf hinaus, dass diese sich kaum von der ganz normalen GTX 1660 unterscheidet und lediglich schnelleren GDDR6 Speicher enthält. Ja und ziemlich sicher, ja noch ein ganz kleines Taktplus. Na klar ist es nachvollziehbar, dass Nvidia die GTX 1660 Ti nicht toppen will. Aber diese liegt ja eh schon so knapp an einer GTX 1660, dass hier zwischen nun mal überhaupt kein Platz mehr ist. Eine 1660 Super ist meiner Meinung nach daher völlig überflüssig. Da sich die 1660 Super dann halt unter der 1660 Ti anordnet, ist natürlich mit einem niedrigeren Preis zu rechnen. Ich tippe hier auf etwas unter 250 Euro. Das ist aber jetzt ein reiner Tipp ins Blaue. Sorry und wieder natürlich ins Grüne. Mein Fehler. Die interessanteste Neuigkeit ist aber zum Release-Termin. Und die News ist so neu, die ist tatsächlich beim Erscheinen dieses Videos noch richtig warm und riecht fast so lecker wie frische, warme Cookies. Am 29. Oktober soll die GTX 1660 Super dann bereits erscheinen. Und warum bringt Nvidia die Karte denn jetzt überhaupt raus? Eigentlich besteht da überhaupt keine Notwendigkeit dazu. Denn AMD hat in diesem Leistungsbereich nur die EX 590 zu bieten, die sich aber im Schnitt noch unter einer GTX 1660 ansiedelt. Die EX Vega 56 dagegen ist noch einen Tacken fixer unterwegs als eine GTX 1660 Ti. Ergo weiß Nvidia vielleicht schon mehr und möchte AMD wie schon bei der EX 5700 zuvorkommen. Also lässt sich ja vielleicht schon aus dem Umstand schließen, dass AMD noch eine Navigrafikkarte auf die Menschheit loslässt. Und genau so soll es am Ende wohl auch sein. Nur soll die neue Karte laut aktuellsten Meldungen von Videocards erst im vierten Quartal 2019 verfügbar sein. So schreibt es Videocards zumindest. Wobei ich mich schon etwas am Kopf kratzen muss. Denn so wie ich es vor vielen, vielen Jahrhunderten mal in der Schule lernte, hat das vierte Quartal doch ganz genau heute, am 1. Oktober, begonnen. Von daher ist ein Release im Oktober, also zeitnah zu 1660 Super durchaus möglich. Und heißen wir die neue Karte dann vermutlich, nein, nicht Günther, sondern EX 5500. Das ist mittlerweile aus mehreren unterschiedlichen Quellen zu vernehmen. Krass sind aber durchaus die aktuell vermuteten technischen Daten. Zum einen soll die EX 5500 auch ganze 1408 Shader mitbringen. Also genauso viel wie die 1660 Super oder 1660 Ti. Und seit Navi bzw. ADNA wissen wir, dass AMD mittlerweile fast die gleiche Pro Shader Leistung bringt wie Nvidia. Daher sind die Karten je nach Takt und Speicher natürlich durchaus vergleichbar. Und das Highlight überhaupt. Gemunkelt wird gar von 8 GB GDDR6 Speicher. Was je nach Preislage der 1660 Super ihr einen Todesstoß versetzen könnte. Denn 6 GB sind zwar noch genug, aber nicht mehr zukunftssicher. Und bei ähnlicher Geschwindigkeit und Preis würde ich eigentlich immer zum 8 GB Modell greifen. Nun kommt aber WCC F-Tech ins Spiel, die wohl ganz besondere Quellen besitzen, die sie aber leider nicht preisgeben. Denn zur EX 5500M wollen die Jungs und Mädels nicht nur technische Infos, sondern schon Benchmarks zugespielt bekommen haben. Ich möchte daher an dieser Stelle schon mal ganz klar betonen, dass alle Informationen dieses Videos weiterhin einen ganz dick fett gedruckten Gerüchtestempel haben. Es wird ziemlich sicher alles im Groben der Wahrheit entsprechen. Es kann aber auch alles definitiv ganz anders kommen. Folgende Folien lässt WCC F-Tech nun auf uns User los. Einmal diese technischen Daten mit den schon erwähnten 1408 Shadern und GDDR6 RAM. Dass die GTX 1650 der Wettbewerber sein soll, halte ich dann aber doch für ein bisschen unwahrscheinlich. Falls überhaupt die bald kommende 1650 Ti. Ich tippe aufgrund der Shaderanzahl und des GDDR6 Speichers aber eigentlich eher auf die 1660er Karten. Was der Takt nun auch sagen soll, ja das ist schwer zu sagen. Ist das jetzt der Basis? Ist das der Boost Clock? Denn die 1560 MHz der 1650 kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, da die offiziellen Angaben davon schlicht abweichen. 1485 MHz Basis und 1665 MHz Boost sind hier nämlich angesagt. Ich gehe hier aber mal vom Boost-Takt aus, womit die RX 5500 dann aber wohl doch ein Stück unter der 1660 Super bleiben dürfte, die sicherlich noch deutlich höher taktet und ja auch etwas effizienter sein dürfte. Weil ihr merkt schon, eine aktuelle Einschätzung ist verdammt schwer. Und da tun nun nicht nur ich mich zur Zeit sehr sehr schwer mit, sondern eigentlich auch alle entsprechenden Internetseiten. Womit sich die RX 5500 am Ende aber anlegen wird, wird der Preis entscheiden, den ich so um die 200 Euro einschätze. Demnach wird es wohl eher Richtung normaler GTX 1660 oder tatsächlich gegen die 1650 Ti gehen. Das sind jetzt aber natürlich meine persönlichen Spekulationen gewesen. Aber wie ich soeben schon erwähnte, weiß WCC-F-Tech offenbar mehr und hat diese feine Folie hier vor kurzem veröffentlicht. Geminscht wurde hier mit dem schon älteren 3D Mark 11 auf einem Ryzen 7 System und auf Basis der Mobile Version der RX 5000er Karten. Hier sind die Zeiten ja glücklicherweise schon lange vorbei, in der eine mobile GPU mit gleicher Bezeichnung oft überhaupt nichts mit dem Desktop-Gegenstück zu tun hatte. Daher sind RX 5500 M und ohne M technisch sicherlich ziemlich identisch. Die stark gerundeten Werte lassen aber schon darauf schließen, dass hier eventuell nicht so alles mit rechten Dingen zugeht. Aber wie von mir vermutet, wird die RX 5500 laut dieser Folie mit den 1660er Karten zu kämpfen haben. In diesem Szenario ist diese aber sogar schneller als eine GTX 1660 Ti Max-Q. Und das halte ich im Desktop-Bereich dann doch für eher unwahrscheinlich. Vielleicht hat Nvidia hier den Pin auf den Kopf getroffen und erwischt AMD mit der 1660 Super genau da, wo sich die RX 5500 am Ende befindet. Aber es kann natürlich auch eine dicke Überraschung geben und es kommt noch eine RX 5600 oder die 5500er wird stärker als aktuell gedacht. Am besten wäre es, wenn noch eine RX 5800 dazu käme, die ja weiterhin für 2019 im Gespräch ist. Also eine Grafiker, die sich mutig mit der RTX 2080 Super anlegen wird und ihr demnach ein Navi 1 mit schätzungsweise 4096 Pixelschubsbereiten Shadern entgegenstellen wird. Laut letzten Infos könnte dies sogar durchaus passieren. Da hier aber wohl nur ein 256-Bit-Speicherinterface ansteht, wird es aber sicherlich schwer gegen eine RTX 2080 Super haben. Daher zweifle ich weiterhin stark daran, ob AMD hier wirklich 2019 noch etwas bringt oder nicht gleich komplett auf Navi 2 mit ADNL 2 setzt. Denn dort gibt es dann natürlich auch noch die Möglichkeit, den Speicherbus ordentlich aufzubohren. Ihr merkt, so richtig klar ist es weiterhin nicht drin. Alles wirkt noch sehr chaotisch. Von der RX 5300 bis zur RX 5800 ist alles drin bei AMD und so eine richtige Überraschung kann AMD hier wohl kaum bieten. Egal was kommt oder auch was nicht kommt. Lediglich bei Nvidia kann man sich wohl festlegen, dass die GTX 1660 Super und die 1650, die kommen werden. Aber ich befürchte, dass diese, wie die bisherigen GTX 16er Karten, einfach zu teuer sein werden und mit ihren mickrigen 6 GB Speicher wieder einen kleinen Makel mit aufs Board gelötet bekommen. Ich halte euch aber natürlich auf dem Laufenden, sobald es irgendetwas Neues dazu gibt. Was ich aber jetzt schon sagen kann, im Oktober werden so einige neue Grafikkarten erscheinen. So viel ist sicher. Hallo und willkommen zum heutigen Kommentar des Tages. Und ab und dann passiert es tatsächlich, da baut der neue Kommentar des Tages direkt auf dem letzten alten auf. Es geht hier um den Kommentar des Tages in meinem letzten News-Video zur Klimakonsole von Microsoft. Übrigens ein Video, das die Gemüter spaltet ohne Ende. Selten war es so interessant, sich die Kommentare unter dem Video anzugucken. Denn gefühlt die Hälfte hat sich zum Thema Klima direkt schon ausgekotzt, ohne das Video nur zu sehen. Einfach herrlich. Aber guckt euch einfach das Video mal selbst an. Und ganz wichtig, guckt unten unter die Kommentare. So, zurück zum Thema. Im Kommentar ging es ja darum, dass SSDs nur eine begrenzte Lebensdauer haben. Und der Kommentator und ich, die es jetzt nicht so schlimm sehen, wie so einige andere. Und dass die SSDs eine begrenzte Lebenszeit aufgrund begrenzter Schreibvorgänge haben, habe ich im Video auch ganz klar dargelegt. Aber der Loranil hat wohl seinen Morgen-Grießbrei nicht bekommen und musste wohl die Wut darüber in einem Kommentar loswerden. Du bist ein ziemlicher Dummschwätzer. Grafikkarten, Festplatten, SSD verrecken nun mal, wenn man sie entsprechend nutzt. Und ich spreche nicht von GPU-Mining, da reichen allein entsprechende Laufzeiten. Gerade Grafikkarten sind wegen den Temperaturunterschieden besonders anfällig und ich habe bisher fast jedes Modell in die Knie bekommen. Die letzte Karte, die gestorben ist, war eine GTX 480. Davor sind GTX 260, 280 als Ersatz und 9800 GT verreckt. Meine 9800 Pro AIW ist genauso verreckt wie die X1900 XTX. Meine R9 290X wäre bestimmt auch noch verreckt, wenn ich sie nicht hätte nach zwei Jahren zum Neupreis hätte verkaufen können. Am liebsten würde ich das Ganze jetzt so völlig unkommentiert stehen lassen, denn die Gedanken der meisten kann ich gerade auch völlig ohne Glaskugel lesen. Wo ist die eigentlich schon wieder? Das Ganze passt da wunderbar zu einer Aussage, die ich glaube ich auch im gleichen Video getätigt habe. Denn, Loranil, ob du es nun wahrhaben willst oder nicht, wenn einem so viele Grafikkarten verrecken, dann sitzt das Problem ganz sicherlich außerhalb des PCs und hat eventuell keinen Grießball bekommen. Ja, klar gibt es auch bei Grafikkarten etc. Verschleiß, aber bei normaler Nutzung und einem sinnvollen Komponentenmix mit ordentlichem Netzteil halten nicht nur SSDs viele Jahre trotz täglicher Benutzung, sondern auch Grafikkarten und CPUs und Mainboards und alles drumherum. Nur mal so zur Info, seit mittlerweile 25 Jahren schraube ich PCs zusammen, auch für andere. Mir selbst ist in dieser Zeit nicht eine CPU oder Grafikkarte fritten gegangen. Das Einzige, was ich erlebt habe, eine Grafikkarte von einem Arbeitskollegen, die war mal defekt, das ist aber auch schon 20 Jahre her. Das war nämlich eine Matrox-Mystik. So etwas wie defekte Grafikkarten kenne ich aus der Praxis gar nicht und auch aus dem Freundes- und Bekanntenkreis überhaupt nicht. Also gibt es genau zwei Möglichkeiten. Entweder lebe ich hier in einer ziemlich hardwarefreundlichen Umgebung, in der sich Grafikkarten etc. einfach besonders wohlfühlen. Warum auch immer. Oder der Loranil hat ganz einfach irgendein Problem. Vielleicht ist das Problem ganz einfach in allen Belangenen der Grießbrei. Denn wenn der Loranil keinen bekommt, tja, dann sieht man ja an diesem Kommentar, wie sein Blutdruck regelmäßig ansteigt. Und ich möchte nicht wissen, wie er dann mit seinem PC umgeht. Zack, Problem gelöst. Der Grießbrei ist schuld. Zurück zum Klima. Ja, ich stehe dazu. Ich nutze zwar viel Elektronik, aber das, was ich an Strom einsparen kann, das spare ich auch immer ein. Daher wird bei mir alles immer schön brav komplett ausgeschaltet und in vielen Fällen auch mittels Schaltersteckdose vom Stromnetz getrennt. Denn auch im Standby ziehen besonders Xbox One und Playstation 4 noch verdammt viel Strom. Und genau darum ging es in der Umfrage des letzten Klimavideos. Schaltest du deine Konsole komplett aus? Ich bin entzückt. Ja, ehrlich, meine Zuschauer sind doch vernünftiger, als ich nach solchen Kommentaren wie so eben vielleicht mal annahm. 64% schalten ihre Konsole immer komplett ab. Finde ich super und dafür einen dicken montischen Daumen nach oben. 13% nur gelegentlich. Teils kann man das ja auch verstehen. Die Standby- bzw. Schnellstartfunktion der Konsolen sind ja auch was ziemlich Feines. Direkt wieder ins Spiel ansteigen oder halt der schnelle Start. Keine Frage, alles toll. Nur wenn man einmal ein Strommessgerät dranhängt, dann überlegt man sich das vielleicht zweimal. Vorausgesetzt man muss den Strom auch selbst bezahlen. 11% wissen nicht immer, was das ist. Ausschalten. Die können wohl nur anmachen. Und zwar egal, ob den Salat oder die Mädels auf der nächsten Party. 7% sind stur und schalten ihre Konsole niemals ganz aus. Meistens ist das genau die Fraktion, die den Strom halt nicht selbst zahlen muss. 2% haben sich aber immerhin von mir überreden lassen und ändern ihr Verhalten nun. Wie gesagt, das Thema Klima an sich ist sicherlich ein Streitthema, da möchte ich jetzt auch gar nichts mehr zu sagen. Aber die Kosten auf der jährlichen Stromrechnung sicherlich nicht. Ja und ich, ich kaufe mir lieber von dem Ersparten, ein neues zusätzliches Spiel pro Jahr, statt es zum Fenster rauszublasen und den Energiekonzern zu schenken. Apropos schenken, schenken mir doch einfach viele Likes und Abos. Und als Dankeschön schenke ich euch gutes Aussehen. Ist das nicht ein super Deal? Denn ihr wisst ja, liken und abonnieren macht schön. Naja, Cookies Essen jetzt eher nicht so, aber ab und an muss ich meinem Laster einfach mal nachgeben. Ich sag mal, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis zum nächsten Mal.